Das ist Tila. Tila ist ein 5-jähriges Labrador-Mix-Mädchen. Sie ist sehr aufgeweckt und intelligent. Deswegen benötigt sie viel Auslauf und möchte auf ihren Langspaziergängen auch geistig gefordert werden. Dafür eignen sich Suchspiele, Geschicklichkeitsübungen oder ein Hundesport wie Agility. Als Labi-Mix liebt sie das Wasser und lässt auch keine Gelegenheit aus, ein wenig im Wasser zu planschen. Sie hat bereits einen gewissen Grundgehorsam, der jedoch noch durchaus ausbrauffähig ist. Sie ist sehr aufmerksam und wenn eine gute Bindung vorhanden ist, konzentriert sie sich nur auf ihren Partner. Unbekannten Zweibeinen steht sie erstmals skeptisch gegenüber. Mit anderen Hunden ist sie nur bedingt verträglich. Jedoch ist sie problemlos, an einer Leine dran vorbeizuführen. Mit konsequenter Führung, ein wenig Geduld und Liebeführer Erziehung wird aus dem schwarzen Wirbelwind bald ein richtiges Familienmitglied. Zusammenfassend sucht Tila ein Zuhause als Einzelhund. Falls Kinder im neuen Zuhause wohnen, sollten diese über 14 Jahre alt sein. Auf Katzen oder Kleintiere kann Tila eher verzichten. Sie benötigt viel Bewegung und geistige Auslastung, am besten bei hundeerfahrenen Personen.